Bling! Witsch! Wow! Hi, Tim Soat hier. Dieses Video soll sich jetzt endlich mal genauer mit der Kunst von Yu-Gi-Oh! beschäftigen. Diese Bilder haben das Spiel, als ich es das erste Mal im Anime gesehen habe, für mich verkauft. Und deswegen hat es natürlich geholfen, dass genau diese auch auf die Karten gedruckt wurden. Und das auch bis heute. Weswegen heute die Anime Studios auch immer unten in den Copyrights stehen. Wir schauen uns zuerst alle Karten an, die komplett oder zumindest teilweise vom Schöpfer des Ganzen kommen, nämlich Katsuki Takahashi. Im zweiten Teil versuchen wir andere Künstler besonders neuere Karten zu finden, aufgrund von Gerüchten oder besser noch bestätigter Informationen im Internet. Denn diese werden ja bekanntlich nicht namentlich auf den Karten genannt, womit Yu-Gi-Oh! aber kein gutes Beispiel für andere Kartenspiele ist. Also jetzt zuerst die Karten, illustriert von Katsuki Takahashi. Es muss nicht unbedingt sein, dass das finale Bild der Karte auch von ihm stammt. Das können auch Assistenten oder von Konami oder dem Anime Studio beauftragte Künstler anhand seiner Zeichnung gemacht haben. Aber es ist aufgrund des Manga oder anderer Quellen definitiv klar, dass vom Schöpfer selbst ihre Designs und auch die Line Arts und Values, also Schwarz-Weiß-Lichter und Schatten, stammen. Das sieht man direkt beim ersten Auftritt des Spiels, mit dem Gargoyle, den wir als Rikishin kennen, und dem Blackland Fire Dragon. Diese Panels zeigen schon ziemlich genau das, was auch nachher auf der Karte war und deswegen sind diese beiden Vanillamonster auch so legendär für mich. Der Minotaurus und die mystische Elfe sowie Megamorph passen zumindest vom Design her schon, haben aber noch mehr Ausarbeitung genossen bis zum Anime oder den Konami OCG Karten. Die Ikonen der Folge wurden aber definitiv noch nachbearbeitet. Beim Blaue gegen Weißen Drachen stimmt zumindest schon mal die Pose auf der Karte im Vergleich zu dem Artwork, das wir aus Anime und dem Starter der Kyber kennen. Der herbeigerufene Totenkopf bekam nochmal ein Redesign, weil er wahrscheinlich dann doch zu sehr wie der Lord of the Pit von Mark Tidden aus Magic the Gathering aussah. Und über das zensierte Wiedergeburt-Bild bei uns im Westen bin ich ziemlich happy, weil ich das türkise Ankh aus dem Original doch etwas einfallslos finde, auch wenn es mit schönen Verläufen versehen wurde. Auch nicht vergessen sollte man andere Monster-Designs des frühen Mangas, die es in das Kartenspiel geschafft haben, wie Zambira the Dark und Dark Master Zorg. Diese Kreaturen waren einfach zu gut, um sie einfach in der Ideenkiste zu lassen und holen Fans der Comics auch enorm ab. Weiter mit den eigentlichen Duel-Monstern ging es dann mit dem Death-T-Duell, das in der zweiten Inkarnation des Anime ja auch die erste Folge darstellt. Daher haben wir die Designs und teilweise auch Artworks von Exodia, dem dunklen Magier, Gaia zorniger Ritter, den verretischen Schwertern, geflügelter Drache und Sagi-Klauen der Finsternis. Das waren noch lange nicht alle, denn als Finale eines gewaltigen Arcs im Manga musste es natürlich hin und her gehen in diesem Spiel. Und trotzdem bekamen die Fans noch immer nicht genug von Takahashis Ideen und er musste nochmal ran für das Duelist Kingdom. Parallel zu seinen Entwürfen für die Storyline um Maximilian Pegasus und das Turnier um die Sternenchips auf der Insel musste unser geliebter Mangaka dann aber noch Konami bei seinen Videospielen mit Ideen aushelfen. Sicher eine stressige Aufgabe, wenn man sich nicht leidenschaftlich gerne Monster ausdenkt. Aber hier aus diesen Bonusseiten der Sammelbände kann man entnehmen, dass dadurch ein paar frühe Ikonen wie Sayaru, Cosmoqueen, der dreihörnige Drache, Yaranso und der Millennium-Schild entstanden sind. Diese waren direkt für das erste Gameboy-Spiel, das ich auf meinem Kanal ja schon vorgestellt hatte, und Forbidden Memories für die Playstation 1, das bereits so einige Ideen für den Battle-City-Arc und das alte Ägypten-Thema der Geschichte vorweg nahmen. Diese aber noch lange nicht finalisierte, wie wir hier an dem Millennium-Stab sehen. Dass sich Takahashi seine besten Ideen für den Manga aufhob, sehen wir an den nächsten Beispielen. Das ist immer ganz interessant, sich das zeitlich anzugucken. Duel Monsters für den Gameboy ist vom 16.12.1998. Rechnet man vom Erscheinen des Manga am 14.September 96 mit konsistent einer Folge pro Weekly Shonen Jump, waren wir im Dezember 98 irgendwo bei dem Duell Joey gegen Bennett Keyes mit Kapitel 122 des japanischen Originals. Also konnten da aufgegeben und der Magier des Schwarzen Chaos noch nicht im Spiel auftauchen, der Schwarze-Rotaugen-Drache, die Harpie und der Totenkopf-Drache allerdings schon. Ein Jahr später, als Forbidden Memories in Japan erschien, waren wir vermutlich irgendwo bei Kapitel 174 und damit beim Battle-City-Duell Yami-Yugi gegen Mareks Marionette mit Slifer. Von dem Arc taucht aber keine Karte im Playstation-Spiel auf, das sicherlich noch einiges an Vorlaufzeit brauchte, vor allem da in diesem auch die ausgearbeiteten farbigen Bilder benutzt wurden, die wir auch von den gedruckten Karten von Konami ab Februar 1999 und dem Anime kennen. Dieser ging im April 2000 an den Start. Der Kartenpool aus dem ikonischen alten PS1-Spiel orientiert sich eher noch an dem aus dem ersten Gameboy-Spielen, zumindest Ishizu hat es noch in die Story geschafft. Aber die drei Götter, Obelisk der Peiniger, Slifer der Himmelsdrache und der geflügelte Drache des Ra, Jinso, das dunkle Magier-Mädchen, die finstere Todesfurcht und viele andere, haben es erst weitaus später in Spiele geschafft, analog wie digital. Hier wieder ein paar Bilder aus dem Manga, die euch von den Karten vielleicht bekannt vorkommen. Interessant ist hier auch der Fakt, dass später eher die Karten-Artworks vom Manga denen der finalen Karten in Real Life ähneln, während es vorher immer noch die ausgearbeiteten Bilder der Hologram-Darstellungen waren. Aber Achtung, wir haben so einige alte Karten, die nicht zwangsläufig vom Schöpfer des Ganzen kommen müssen. So sind nicht alle Duelle im Anime auch im Manga, zum Beispiel das erste Duel-Monsters-Duell gegen Wakura mit den Lieblingskarten der Freunde im Deck und sowas wie Verwandlungskrug, Menschenfresser, Käfer und Überläufer. Auch Thea gegen Mai gab es nie im Manga und damit kein Waboku. Oder das Duell Joey gegen Duke Devlin mit sowas wie Goblin-Angriffstrupp, das sah im Manga auch alles ganz anders aus. Bonds wird von Wakura auch in einem Panel abgefrühstückt. Man kann also davon ausgehen, dass aus diesen Duellen waren eher alles Karten von Konami oder Anime Designern. Laut einem Artikel von TCG Player hat Masahiro Hikokubo hauptsächlich die Skripts zu eben diesen Duellen geschrieben und damit auch einige Karten erfunden. Die Designs der Artworks kommen vermutlich nicht von ihm. Ich gehe mal davon aus, dass in Meetings und dergleichen dazu dann der Manga-Autor seine Ideen hat mit einfließen lassen. Wo später aber eindeutig wieder Karten mit Bildern von Kazuki Takahashi erschienen, war in den Jubiläumsboostern, die auch extra so beworben wurden. Mit alternativen neuen Bildern von den ikonischen Monstern der Vergangenheit, sowie dem Hund des Meisters, Shiba Variataro. Ein Video seines Artbooks zeigt auch, dass Takahashi in den späteren Generationen nicht untätig war. Es existieren Entwürfe und Skizzen von ihm zu Karten von GX, 5Ds und sogar auch noch Sechser. Ein paar Sachen davon sind für den Bonds Beyond Time Film, aber man sieht gegen Ende noch sehr früh aussehende Konzeptzeichnungen zu Elementarheld Neos und Jubel, den 5 Drachen der Auserwählten, Utopia und sogar ein paar ungenutzte Designs. Okay, diesen Punkt haben wir jetzt genug beleuchtet und da ließ sich auch leicht einiges zu herausfinden. Aber jetzt kommt der schwierige Part. Welche Künstler lassen sich finden, die in der langen Geschichte des Spiels einen Eindruck mit ihren Bildern hinterlassen haben? Und warum hält Konami diese eigentlich immer so geheim? Teilweise hat es vielleicht damit zu tun, dass keine Images vorher geleakt werden sollen, manchmal glaube ich auch einfach es ist die Sprachbarriere zum japanischen. Ich glaube in Japan gibt es darüber ein paar Infos mehr, aber diese Informationen kommen so gut wie nie zu uns in den westlichen Bereich. Oder man kann Credits von Anime Folgen und Filmen nicht immer direkt in künstlern spezifischer Karten zuordnen. Wie auch immer, hier ist das was ich gefunden habe nach stundenlangen Recherchen und leider kann man fast nichts davon als absolut zuverlässige Quelle nennen. Aber es ist zumindest alles nicht komplett an den Hahn herbeigezogen. Die erste Suche hat wie derzeit nicht ungewöhnlich mit Chat-GPT stattgefunden. Einfach mal zum Testen. Natürlich erzählt die Satzvervollständigungs-KI einem gerne mal kompletten Blödsinn. So hat sie behauptet, Ken Sugimori, der große Ur-Pokémon-Designer, hat Monster wie Sangan entworfen. Was ich mal stark bezweifle. Auch ein ominöser Katsuyuki Takahashi wurde vorgeschlagen, zu denen habe ich gar nichts gefunden. Oder Namen, die ich klar Pokémon-TCG oder Cardfight-Vanguard-Künstlern zuordnen konnte. Gut, ich kann auch nicht ganz ausschließen, dass diese japanischen Künstler mit TCG-Erfahrung nicht auch mal von Konami angeheuert wurden. Aber beweisen kann ich hier dann das auch nicht. Aber ein interessanter Fakt ist dabei doch ans Licht gekommen. Akira Ito, der Künstler hinter Yu-Gi-Oh! R. Wer dieses Spin-Off nicht kennt, das ist eine kurze Manga-Reihe, die zeitlich nach Battle City spielt und die Story erzählt, wie der Adoptivsohn von Pegasus sich an Yu-Gi rächen will. Das macht er mit den Wicked-Göttermonstern, die sowas wie Gegenstücke zu den drei Originalgöttern sind. Und diese haben wir auch tatsächlich im TCG bekommen. Für diese kann man den Designer also namentlich nennen und das ist immerhin schon mal etwas. Auch aus Yu-Gi-Oh! R. kennen wir Karten wie Beast King Barbaros und Summoner Monk, die ziemlich sicher auch hier ihren ersten Auftritt hatten. Bei den anderen Manga, die parallel zu ihren Anime-Serien erschienen sind, kann man leider nicht direkt behaupten, dass ihre Zeichen auch die Karten drin mitdesignt haben. Dafür hat man zu wenig Informationen über die Konzeptphasen. Auch kann man nicht immer direkt jeden Schreiber der Serien bisher als Vater bestimmter Karten identifizieren, dafür ist das ganze Konstrukt einfach zu verzweigt. In welche Richtung kann man dann noch schauen? Nun, die klassische Google-Suche bringt einen in die zumindest etwas aufschlussreichere Artist-Section von Yu-Gi-Oh! Fandom.com. Hier finden sich neben den beiden Namen von eben noch Akina Fujiwara und Nao Yuki Kakeyama. Letzterer ist Autor und Zeichner bei Yu-Gi-Oh! GX, nicht der einzige, aber ein großer. Spezifische Karten, die man ihm zuordnen kann, sind der Dark-End-Dragon und Light-End-Dragon, weil es über diese beiden die witzige Story als Short-Comic gibt, wie er total pissed darüber war, dass Konami diese letztendlich als Synchro-Monster ins Spiel gebracht hat und er diesen Extra-Deck-Typ verabscheut hat. Im Original waren es Fusionen von Chaz und er wollte sie auch in seinem Real-Life-Paper-Deck spielen, ebenso wie seine ganzen geliebten Elementar-Helden, vor denen er wohl auch einige kreiert hat. Und Akina? Nun, die stellt sich jetzt als absolute Vorzeigekünstlerin von Konami heraus. Fast sowas wie die Rebecca Gay des Yu-Gi-Oh! Denn in ihr kann man die Artworks des Charmer-Archetyps und auch die der Trap-Tricks nachweisen. Zu sehen an ihrer pixiv.net-Galerie, wo sie zwar kein Kartenartwork hochladen durfte, sicher aus vertraglichen Gründen, aber der Stil ist wirklich unverkennbar. Auch Droll und Lockbird, Ghost Ogre und Snow Rabbit, Downert Magician und Kalantosa gehören zu ihren Karten, die ich gerne in meinen Decks spiele und beim Spielen anschaue. Dann noch Gusto und Gischki-Karten. Wer ein Auge dafür hat, entdeckt bestimmt noch bei neueren Karten ihre Handschrift. Das bringt uns detektivisch auf einen weiteren Weg. Wir können nach Archetypen suchen, die sich ja zwangsweise Künstler und Stil teilen sollten für die Zugehörigkeit. Ich hab mal das Gerücht gelesen, dass Fans den Zeichner hinter dem Cosmo-Archetyp herausgefunden hatten, der übrigens als Fusion von Star Wars und der Zauberer von Oz eine der genialsten Ideen ist, die Konami jemals hatte. In meinen Augen. Dieser heißt Genso-Man und er hat, wenn man seinen Namen im Wiki sucht, wohl auch Sub-Terror und Noble Knight Karten kreiert, sowie den Ancient Dragon. Er ist ein Chilene namens Gonzalo Ordoñez Arias, was ihn zu einem der seltenen nicht-japanischen Yu-Gi-Oh! Künstler macht. Auf seiner Divine Art Galerie wird einem sein Stil auch Erinnerungen ikonischer Artworks hervorrufen, aber eine direkte Referenz sieht man wieder nicht, nur zu einem anderen Kartenspiel, für das er illustriert hat, Legend of the Five Rings. Könnte auch gut sein, dass Karten meines Lieblings-Archetyps Burning Abyss wie Dante und Beatrice von ihm sind. Laut diesem Interview von Yu-Gi-Oh! Amino schon. Fun Fact, hier war ich mal ein Moderator in seiner Anfangszeit. Hier sagt er wohl ganz offen, Konami hat ihm alle TCG-exklusiven Archetypen gegeben. Stand 2017. Ich verleg es euch unten mal, aber ich glaube nicht ganz, dass es echt ist, weil Gonzalo hier dann ziemlich sicher Vertragsklauseln missachtet. Aber wenn es das ist, dann lernen wir daraus einiges darüber, wie Künstler mit Konami arbeiten. Der erste Kommentar unter dem Artikel ist eines von einem Account mit seinem vollen Namen, der alles als Fake deklariert. Tja, da hat man es wieder mit dem Internet. Was soll man glauben und was nicht? Auch Jo-In Go wird hier erwähnt als Künstler hinter den Noble Knights, Bestie von Talwar und den X-Sabers. Zudem habe ich aber nichts weiter gefunden, weswegen ich nicht glaube, dass da viel Wahres dran ist. Hier verlieren sich die Spuren leider wieder und es kommt nichts Brauchbares mehr zu Tage. Schade, ich hätte wirklich gerne mehr über meine Lieblingsbilder und ihre Urheber erfahren. Vielleicht lässt sich Konami ja irgendwann erweichen und veröffentlicht doch mal ein paar Infos darüber, wer hinter den ganzen tollen alten wie neuen Artworks steckt. Wenn es soweit sein sollte, erfahrt ihr das sicher auf meinem Kanal. Bringen wir das Video nun zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Liked das Video, wenn euch mal eine kleine Expedition gefallen hat und abonniert für weitere D-Dives in komplett spezifische Yu-Gi-Oh! Nerds Themen. Kommentiert gerne, welches eure Lieblingsbilder des Kartenspiels sind. Bis zum nächsten Mal. Wer auch noch an? Weibt es in der nächsten Mal. их obst gaz, in bediences D-Dives in ganz undilledt Ment DES auf einem nearbyえ står. AfD ist während des März und Uniara enrolled. Kann man주 Deine Prayer moment auf ein? Wo was das funktioniert恐 prime. Fuck allem.